Was ist das? Was ist das? Oh mein Gott, das ist so eine Pirat. Oh Gott. Ich habe meinen Augenklapp noch an. Hast du einen Freund, den gab es? Wir haben Probleme mit der Scheiße. Alle Klammern drauf. Entschuldigung. Du hast den Mund weit auf. Oh. Ja. Schienen Augen. Guck dir das noch mal an. Was ein Augenaufschlag. Eine Augenweide. Oh Mann. Der Profi arbeitet. Oder versucht es zumindest. Das sind die Schirren. Also eigentlich sieht es schon ziemlich eng aus. Tische, so beklepp ich sie mickrisch. Ja. Sie klepp sich. Okay. Ich mache Video. Ke Film. Machst du Video? Das sieht ja gar nicht so an. Ja. Ja, ich komme. Ja, ich komme. Ja, du kommst dann. Ich komme über den Booth. Ja. 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 Ja.